Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Skyblog ihr Lieben. Ja, wer hätte das gedacht? Ich nicht, ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber ja, wir sind wieder da und vielleicht schaffe ich mir erstmal Überblick. Also es ist Nacht auf jeden Fall. Da hinten sterben die Tentakelfische. Wunderbar. Oh Gott, wie lange ist das her? Es ist schon ziemlich lange her, aber okay. Ich glaube, ich habe in der Zwischenzeit nur ein, zwei, dreimal hier reingeschaut und da hinten ein bisschen rumgefarmt, in der Hoffnung, dass ich Spinnenseide kriege. Das war es dann eigentlich auch schon. Ach, du ahnst es nicht. Guckt euch das an. Der Scheißbaum steht hier immer noch. Supi. Lass mal gucken. Ach je. Mein Haus ist immer noch nicht fertig. Ich habe das Gefühl, das wird auch nicht mehr fertig. Ich habe überhaupt keinen Bock auf dieses Haus hier, weil ich irgendwie gar nicht so richtig weiß, wie. Es ist doch alles wie zu groß. Aber ich brauche Platz. Wisst ihr, ich brauche Platz zum Atmen, damit das Gehirn denken kann. Äh, was für ein Gehirn, werdet ihr euch jetzt fragen. Äh, ich glaube, wir waren da aber eigentlich stehen geblieben, ne? Wir hatten den roten Pilz gemacht und ich brauche da noch die Plattform für den braunen Pilz. Und da müsste noch ein Dach drüber. So oder so ähnlich. Okay, Futter haben wir auf jeden Fall am Start. Ich denke, wir werden jetzt zum Einstieg. Erst mal bei den Pilzen gucken. Aber hier hat sich natürlich auch nicht wirklich was getan, denn ich war ja nicht on. Kann ja nichts wachsen, wenn hier keiner ist. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir gucken bei den Monstern. Ich nehme auf jeden Fall nochmal ein Schavert mit. Ähm, stopp mal. Äh, wo habe ich denn mein Essen oben, ne? Ich glaube, Essen gibt es hier oben in der Troué. Mein Bett steht auch noch im Freien. Was haben wir hier denn so? Ist das meine Essenskiste? Da ist ja nichts drin. Ein paar Melonen. Das ist ja auch nicht gerade die Welt. Ne, wartet mal. Das gefällt mir aber nicht. Da werden wir uns doch mal hier gerade ein paar Melonenstücke mitnehmen. Weil irgendwie habe ich noch nichts gemacht. Aber, äh, habe schon Hunger. Kann eigentlich auch nicht sein. So. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Genau. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob die Einstellungen hier alle noch so stimmen, wie sie sollten. Also von wegenste Lautstärke mit die Monsters und die Geräusche. Werde ich dann sehen beim Abmischen. Und dann muss ich es sonst nochmal umstellen. So, jetzt gehen wir erst mal nach hier hinten. Ach, guck doch mal. Da ist mein Schneegolem. Einer von, weiß ich wie vielen ich hier hingestellt hatte. Mindestens zehn, die hier standen. Naja, einen haben wir noch. Aber die Monsterfalle läuft noch. Das ist ja, ist ja super. Ja, dann, äh, ne? Gucken wir mal. Okay, Haufen Skelette, Creeper, alles am Start. Oh, oh, Spinne. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal eure ganzen Fäden geben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, mit den Fäden, das könnte zum Problem werden. Genauso mit den Enderkugeln. Da sind die Enderkugeln. Oh Gott, ich habe alles vergessen. Äh, stopp mal. Stopp. Wo ist denn hier laut? Da, da ist laut. Lass mich mal gucken. Musi ist aus. Das ist gut. Äh, freundliche Kreaturen gibt es hier keine. Feindliche. Die sind mir irgendwie zu laut. Ich mache das mal hier so. Guck mal, 35. Atmosphäre, Umgebung. Ach, je, mini. Okay. Äh, machen wir es mal so. Äh, zurück zum Spiel. Okay, super. Die sind noch genauso laut wie eben. Ich schrei mal gegen die Monster an. Oh Gott, ey. Äh, so, kommt mal alle her. Äh, okay. Ich, äh, es ist Tag übrigens. Ich, äh, guck mal. Oh, hier drüben. Hier drüben. Na? Ja, du auch. Komm, du da. Ist da schon wieder eine Hexe dazwischen? Ich hoffe doch nicht. Äh, na? Da oben sitzt einer auf dem Kaktus. Ja, komm her. Hm? Ja, komm her, du Creepermann. Du hässlicher. Grüner. Ekliger. Bäh. Waa. Halt. Na? Ja? Ja? Waa. Fall mir doch mal direkt vor die, äh, Linse, du. So, hier haben wir hier noch was. Bäh, hässlicher Creeper. Äh, so, wie sieht's denn aus? Ach Gott, elf. Oh, 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 oh. Naja. Naja. Irgendwann hatte ich auch mal ausgerechnet, wie viele Fäden ich noch brauche, um die ganze Wolle zusammenzukriegen. Aber ich habe vergessen, wie viel es war. Auf jeden Fall war es zu viel. So, Talüt. Äh, wo gehört denn jetzt der ganze Kram hier rein? Ach, hier. Da kommt was hin. Da haben wir, äh, Sugar. Sugar. Sugar, da, 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 da. Oh, honey, honey. Drei armselige Änderperlen. Das ist nicht viel. Äh, so, wollen wir mal ein paar Steine einpacken vielleicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel, aber okay. Guck mal, ich habe noch, äh, Bruchsteinmauern. Cool, nehme ich mit. Die, und dann krabbeln wir mal hier hoch. Oh, da, Alter. Bist denn du für einer da? Ach so. Oh, das war der Lichtanfall. Ich dachte, der Typ hat glühende Augen. Könntest du vielleicht mal... Der versteckt sich jetzt hinter der Mauer im Schatten, ne? Ach nee, im Schatten von da oben. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Der im Schatten steht. Könntest du mal verbrennen, mein Freund? Mach ich ihn jetzt mit dir. Mist, der muss da weg. Das Skelett muss da weg. Hallo? Ach nee, echt? Ach, scheiße. Wo müsste ich denn jetzt hier anbauen? Scheiße. Ähm, wie war's denn hier unten? Ach, es tut mir leid. Ich bin unorganisiert, wie immer. Ich habe mich nicht vorbereitet, aber egal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Haben wir das hoch. Und auf dem achten ist dann die Decke. Also, auf dem achten ist die Decke. Könnt ihr euch das mal merken, bitte? Danke. Äh, so. Also, was? Eins, zwei, drei. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich komme nicht dran. Mann! Ich hasse es. Ich hasse es. Eins, zwei. Jetzt werde ich runtergeschossen. Wow! Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Nein! Tü, 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 tü. Mist. Und ich sag's noch. Ich werde runtergeschossen. Aber wenigstens habe ich vorher die Fäden rausgemacht. Alter! Ich hasse euch da oben. Nee, nee. Trug der jetzt da immer noch rum? Ach, Mann, ey. Ist ja nicht mal so, als hätte ich Steine gefarmt wie eine Behinderte irgendwann mal. Du Arsch. Das war mir so klar, ey. Das hat's noch nicht ausgesprochen. Ach, jetzt sind die weg. Super. Ich hasse euch. Ach, nee. Ist ja nicht so, als... Selbst schuld, ne? Hier macht die Luke zu. Das ist nicht gut. Mit mir kann man's ja machen, ne? Ja, da hilft die tolle Musik hier auch nicht. Gehst du mal... Könnten wir mal... Danke. Oh, Mann, ey. Spitzen ersten Folge nach der langen Pause. Hm. So, das brauche ich. Was brauche ich noch? Leitern brauche ich noch. Meine ganzen Schwerter. Ja. Äh. Ich brauche eine Spitzhacke auf jeden Fall. Habe ich denn eigentlich irgendwie irgendwo Fackeln oder sowas? Gab's hier mal irgendwie fackelige Fackeln? Nö, aber ich hab Holzkohle. Holzkohle ist ja auch schon mal viel wert, ne? Könnte man ja Fackeln machen. Ach, Mann, oh. Hab ich keine Sticks? Was ist denn das hier für ein Rotzladen, ey? Ich hab ja gar nichts. Was war hier drin? Hab ich... Achso. Der Kram. Ähm. Ja. Großes, großes Kino. Ihr merkt schon. Äh. Wo ist mein Basteltisch? Hier. Äh. Wie macht man nochmal Sticks? So nicht. Aber so. Hier. Alle her. Alle her zu mir. So. Danke schön. Äh. Du kommst mal hier wieder da rein. Ehm. Die Fackeln. Die mach ich mal hier. Äh. So. Hab ich jetzt alles? Nö, nein. Bestimmt wieder jetzt irgendwas vergessen, ey. Verdammte Brut da oben. So. Ähm. Ja. Zweiter Versuch. Guten Tag. Äh. Hier, ne? Ähm. Ähm. Jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich da wieder hochkomme. Ja. So. Ach, da ist noch einer. Der muss auch her. Ähm. Okay. Also. Wir haben jetzt hier eins. Ja. Eins machen wir erstmal weg. Da haben wir hier eine Leiter dran. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Stopp. Zwei. Und dann. Wie mach ich denn das jetzt? Ach, ich hasse es. Wer sagt einer was von euch? Ich will nix hören. Ich will hier keine Kritik, ey. Äh. Da ist dann die Acht. Da hab ich gesagt, soll das Ding hin, ne? Die Leiter ist falsch rum. Ich bin doof. Aber okay. Macht nix da. Da soll die hin. Dann kommt da was hin. Pa' plömm. Und äh. Da muss was hin. So. Und bevor mir jetzt hier gleich wieder alles, äh. Vor den Füßen spawnt. Ich will jetzt hier erstmal ein bisschen ausleuchten gerade. So irgendwie. Pa' plömm. Pa' plömm. Pa' plömm. Da bling. Hier noch einen. Da noch einen. Äh. Äh. Komm mal hier. Da können wir noch einen hin. Und da. Und ich hab's ja. Ich hab genug Fackeln, dass, äh. So. Also. Ähm. Toll. Kann ich die Leiter wieder abschlagen. Das war jetzt mal. Naja. Ist egal. Ist ist egal. Das macht nix. Äh. So. Da. Ups. Äh. Da. Die Leiter muss auf die andere Seite. Ja. Die Leiter ist auf der anderen Seite. Ach. Wisst ihr. Ey. Da komm ich aber so nicht dran. Nein. Mach keinen Scheiß. Ey. Bitte. 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 Keinen Scheiß. Hier will ich hoch. So. Da will ich hin. Also. Meine Herren. Äh. So. Shift-Taste übrigens. Ne. Dafür haben wir sie. So. Nehmen wir das hier erstmal so. Dann machen wir das so, so, so oder so. Da ist meine Plattform. Das ist schön. Das ist nur die Frage. Die müsste ich jetzt größer machen, damit auch genug Schatten nach unten fällt. Ich baue erst mal los hier. Ich baue erst mal los hier. Ähm. Ähm. gestorben bin. Ne. Ne. Werkzeuge und Baumaterial. Ich hoffe. Ja. Ne. Ne. Den Rest hatte ich unten in die Truhen gemacht. Ja. Naja. Naja. So. Du. Hier noch hin. Mal gucken. Ich glaube, die Reihe noch. Dann bin ich unten gleich. Ja. Das sieht gut aus. Aber ich muss drüber. Ich denke mindestens zwei, damit es genug Schatten wirft. Also so. Ai, 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 ai. So. Lass mich mal jetzt hier gucken. Wo geht denn das hier los? Ähm. Wenn ich von hier komme, dann brauche ich auf jeden Fall bald einen neuen, äh, kleinen Finger, weil ich gerade die Schifftaste so dermaßen durchdrücke hier, dass der gleich kaputt ist, der kleine Finger. Äh, so. Und damit ich nach da nicht abstürze, brauche ich auf jeden Fall hier noch eine Ecke, wo ich es sicher habe. Oh nein, meine Steinmauern. Oh. Äh. Meine Steinmauern sind weg. Ist ja blöd gelaufen. Naja. Äh, so. Dann komme ich hier lang. Wo habe ich denn das jetzt hier unten? Da ist das. Der Stein hier, ne? Äh. Der Stein. Ja, dann weiß ich auch gerade nicht. Ähm. Das ist ja alles blöde. Das ist aber alles echt doof hier gerade. Was ist der hier? Ich glaube. Oh, schon wieder alle. Das gibt's doch nicht. Alter, die Steine gehen hier weg. Wie doof. So. So oder so ähnlich. Und jetzt wird's hier, ähm. Jetzt wird's hier dunkel. Das möchte ich nicht. Nee. Nee, nee. Das ist nicht gut. Lass mal gleich hier Licht machen. Äh. So. Okay. Das geht schon mal. Das, äh. Geht schon mal. So. Dann bauen wir hier mal weiter. Lömpe, 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 lömpe. Vielleicht sollte ich erst mal, äh. die Umrandung machen, die ich brauche. Alter, das wird schon wieder eine riesen Plattform hier. Und für was? Nur für so einen armseligen, doofen, ollen Pilz, der da drunter soll. Und warum? Weil er nicht gedeiht, wenn die Sonne scheint. Naja. Ich kann eh gleich Steine holen. Das reicht hier hinten und vorne nicht. So. Das kommt da dran. Dum 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 dum. Hier dran. So. Okay, es wird, es wird, es wird. Ich muss mich ja auch erst mal wieder ein bisschen einspielen. Nicht wahr? Nicht wahr? So. Ja. Das zum Thema Einspielen. Das war's mit den Steinen erst mal. Äh. So. Hier vielleicht noch einen hin. Und da noch einen hin. Und hier vorne auf jeden Fall erst mal hell machen. Bäh. Na gut, dann hauen wir hier erst mal ab. Dum 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 dum. Komm mal hier runter. Komm mal hier runter. Danke schön. Eh so. Was ist jetzt verloren gegangen? Meine schicken Steinmauern. Das finde ich aber doof. Ich habe aber noch Steine. Und dann kann ich eigentlich schon wieder neue machen. Das reicht doch hinten und vorne nicht. Kann mir gerade mal einer verraten, wie machte man nochmal Steine? Also Mauern? So nicht. So auch nicht. Äh. Moment. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Da sind sie. Okay. Die nehme ich. Die nehme ich. Ähm. Dem dem. So. Und dann nehme ich erst mal mit eine Axt. Da ist übrigens noch einer. Die nehme ich auch mal mit. Ich glaube, wir werden jetzt gleich mal da den Baum wegholen hier.